Das ist die Weltrekordhalterin, Galina Stavinkova, die 30-jährige Lehrerin aus Trasnodar bei Moskau. 73,26 Meter legte sie Ende Mai dieses Jahres vor. Und auch sie kam auch erst in diesem Jahr zum ersten Mal über die 70 Meter Mai. Galina Stavinkova ist die dritte der Europameisterschaften von Athen im letzten Jahr. Dabei auch die Ex-Weltrekordhalterin aus Bulgarien, Maria Petkova, die unter dem Mädchennamen Bergova zweite der Olympischen Spiele von Moskau wurde. Hier noch einmal Galina Stavinkova. Sie gilt als perfekte Technikerin. Und achten Sie jetzt einmal auf Ihre Drehungen im Ring. Vielleicht können Sie es vergleichen werden zu den beiden Discoswerferinnen, die wir vorher gesehen haben. Wie schnell sie ist. Wie groß das Bewegungsgefühl. Da haben Sie es gesehen. Trotzdem kein guter Wurf. Nicht einmal 60 Meter für die Weltrekordhalterin. Ungültig. Die Scheibe übrigens einen Kilogramm schwer. Nicht einmal 60 Sekunden nach. Denn die letzte Woche würde in der zweiten Woche für die Schönessendung kommen sie zum you. Untertitelung. BR 2018